Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade dabei ein bisschen größeres Projekt vorzubereiten und für das größere Projekt brauche ich dann noch ein paar andere Kleinigkeiten und eine da vorn sind 2V Lampen. Gleich vorab, ich bin keine Gesparte in Sachen Elektrik, ich habe da ein minimales Grundwissen, also mh. Ja, die Lampe. Dann brauche ich noch ein Trafo dafür. Die Sachen verlinke ich dann unten in den Beschreibungen. Aber es fehlen noch ein paar Sachen. Zuerst müsste es sein, das muss ich noch machen, fehlt noch. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten. Lichtschalter, Kabel. Ja, das war es eigentlich für die Lampe dann. Das Ding, das wollte ich eigentlich schon vor einem Jahr wegwerfen. Und seitdem lag es jetzt in der Ecke und es lebe die Faulheit. Ja. Keine Sorge, das Ding ist... Boah, acht Jahre alt, neun, zehn... Irgendwie so was... Soweit hatte ich dann die wichtigsten Teile für die Lampe zusammen. Oben die Fassung habe ich auch nur so schnell selber gemacht, weil ich hatte keine Lust auf eine Bestellung zu warten. Dann wollte ich oben auch noch zwei LEDs verbauen, weil das waren die billigsten LEDs, die ich in China finden konnte. Da haben fünf Stück, ich glaube 1,50 Euro gekostet. Und ja, man kann erwarten was daraus kommt, wie wenig Licht. Dann der Lampenkopf an sich sollte auch beweglich sein, falls man doch noch etwas verstellen musste. Also hier habe ich mal irgendwie ein paar Gelenke angezeichnet. Und bei dem Fuß war eigentlich erstmal nur klar, dass da ein Schalter oben drauf kommt irgendwo hin. Und die ganzen Kabel und der Trafo und alles musste irgendwie versteckt werden. Also hier habe ich mal eine Herausforderung. Und wenn ich mal eine Schalter oben draufisms konnte, dann sind alle 3,50 Euro. Dann hat das auch mal eine Schalter oben draufstem, dann ist das ein Schalter oben drauf gentem. Und dann wird auch auf der Stelle eingestellt. Und dann gibt es nicht mehr die mit der Schalter oben auf dem Wasser, aber da wurde der Schalter oben drauf. Und dann wird die Sonsten wieder auf der also roten. Und dann ist das noch etwas anderes. Und dann fühle mich erstmal Carden. Und dann kann ich mich noch mal anders und wenn Sie das machen wollen. Dann fühle mich ein bisschen mehr. Und dann soll ich was noch einmal mehr so weitergehen. Und dann mir eben erst mal so weitergehen. Und dann können wir das etwas fast machen. Natürlich musste dann der Fuß auch ein bisschen Gewicht haben, eine bestimmte Größe, damit man das ganze Teil nicht einfach umkippt. Ich hatte schon seit Ewigkeiten so ein Pappeding, so eine Pappeschachtel auf dem Schreibtisch rumstehen, wo ich dann immer ganze Zeug rein warf und ja, ich habe es einfach irgendwie kombiniert. So. So. Was war das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt mache ich das. Schrauben. Das war's. 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 Das war's.